Ja, gut. Verspätung bei linearen Gleichungen. Verspätung, was meine ich damit? Wir nehmen uns doch mal einfach ein einfaches Koordinatensystem. Alles passiert in der Natur. Wir sagen, eine gewisse Zeit vergeht und ein bestimmter Weg wird in dieser Zeit zurückgelegt. Und wir lassen mal Radfahrer A mit irgendwelcher Geschwindigkeit fahren, und zwar von hier aus. Von hier. Wenn wir sagen, Radfahrer B kriegt einen Vorsprung, dann hat er schon einen gewissen Weg zurückgelegt. Wenn er genauso schnell fährt, läuft er graf so. Das erst mal bis dahin. Was machen wir aber, wenn Radfahrer C, weil er viel schneller ist, denkt er, wahrscheinlich ist das auch, viel später losfährt? Was passiert dann? Und darum geht es jetzt. Und das diskutieren wir jetzt erst durch, und dann melden wir uns wieder. So, und wenn jetzt Radfahrer C hier verspätet losfährt, ist es in der Natur einfach eine Verspätung. Von dem blauen Punkt bis zum roten Punkt ist es eine Verspätung. Aber, wenn ich jetzt sage, nehmen wir an, in der Natur gäbe es tatsächlich negative Wege und negative Zeiten, dann wäre dieser rote Punkt hier sozusagen eine Art X0. Eine Art, schreibe ich mal in Anführungsstrichen. Wir könnten auch sagen, das wäre eine Art T0, Startzeitpunkt T0. Aber, weil die X-Achse geschnitten wird, die Abszisse geschnitten wird, haben wir sonst gesagt, das ist X0. Schauen wir uns mal die Sache unter nicht S und T an, als Verspätung, sondern jetzt machen wir wirklich ein bisschen Butter bei die Fische. Und, ich lasse jetzt die Graphen mal so weit durchlaufen, aber nur gedacht, das genügt uns jetzt. Wie die jetzt heißen, ist uns im Moment egal, aber ich schreibe jetzt mal hier X und Y dran, damit wir vielleicht was erkennen. Erinnern wir uns nochmal, das sind Linien, also lineare Gleichungen stecken dahinter, lineare Funktionen. Da sagt man, F von X ganz allgemein ist M, das ist der Anstieg, mal X plus N. Das N, das hier, das finden wir hier wieder, das finden wir hier wieder, das fänden wir hier wieder. Okay, aber wie kriegt man das jetzt hin, diese blöde Verspätung sozusagen in der Natur irgendwie hinzubiegen? Wir müssten im Prinzip etwas finden, damit man sagen kann, ich baue die Verspätung auf der X-Achse mit ein. Und da bedient man sich eines Tricks, in dem man einfach sagt, F von X ist gleich, man klammert aus. Man sagt, das ist M mal X, das wäre jetzt das M ausgeklammert. Und wie kann man jetzt das M aus einem N ausklammern? Ganz einfach, mit einem Trick, in dem man sagt, das ist N durch M. Seltsam, ne? Diskutieren wir es nochmal durch. So, jetzt haben wir hin und her diskutiert und es ist noch nicht so ganz klar, weshalb muss das alles so sein. Nochmal, in der Natur haben wir keine, naja, keine negativen Zeiten und Wege, das gibt es nicht. Und deswegen müssen wir, und das ist das Ziel, eine Gleichung basteln. Hier, so eine Gleichung, die so allgemein ist, und dafür haben wir uns dieses rechnerischen Tricks bedient, die so allgemein ist, dass wir sie auch konkret mit Zahlen belegen können. Aber vielleicht wird es leichter, wenn ich es mal anhand von einem Zahlenbeispiel zeige. Nehmen wir mal an, wir sind jetzt wieder in unserer normalen Mathematik mit negativen Zahlen, mit allen Nungen dran. Wir haben folgende Gleichung gegeben, 1 halb x minus 3 soll die heißen. Naja, das ist leicht, bei minus 1, 2, 3 ist der y-Achsenabschnitt. Und jetzt 1 nach rechts, da gäbe ein halbes nach oben, sagen wir gleich 2 nach rechts, weil es unterm Bruchstrich steht. 2 nach rechts, 1 nach oben, dann hätten wir hier unseren zweiten Punkt. Und es ergäbe sich so ein Graph hier. Naja, wie groß ist denn die Nullstelle? Lass uns schnell ausrechnen, ist 1 halb, 0 ist 1 halb, x0 minus 3, also die 3 rüber, 3 ist 1 halb, x0. Und mal 2, dann haben wir 6, ist gleich x0. Die Nullstelle liegt also bei 6. Das wäre unsere Verspätung. Hier, der rote Punkt. Ich mache mal rot. Gut, hier, also bei plus 6, x0 ist zufälligerweise hier, weil es sich ganz gut rechnet, genau 6. Was hat das aber mit minus 3 zu tun? Das wäre y0. y0 ist minus 3. Und wie kommen wir da hin? Und jetzt probieren wir das mal, irgendwie das M aus dieser Formel hier auszuklammern. Hier aus dieser Formel, ich mache das mal hellgrün, diese Formel. Da das M ausklammern. Schnappen wir uns jetzt diese Formel nochmal, also ich schreibe sie wieder in grün hin. f von x0 1 halb und jetzt x minus 3. Das müssen wir ausklammern. Das 1 halb müssen wir ausklammern. Das ist der Trick. Und wie kriegen wir das hin? Na ja, nach allen Regeln der Rechenkunst, von denen wir sagen, okay, das bleibt ja von x, ist gleich. 1 halb lassen wir vorne stehen. x hier rein. Und jetzt hatten wir ja gesagt, hm, hier steckt kein 1 halb drin. Minus 3, ich mache es mal ausführlich. So ähnlich wie bei den quadratischen Ergänzungen. Mal 1 halb durch 1 halb. Steht ja hier. Hier steht ja nichts weiter als minus 3. 3 habe ich jetzt erweitert mit mal 1 halb durch 1 halb. Dann bleibt es minus 3 mal 1. Jetzt ist es aber noch nicht richtig ausgeklammert. Denn wenn ich das wieder umgekehrt rechne, würde sich 1 halb x minus 3 mal 1 halb durch 1 halb, das passt nicht, ergeben. Das ist einfachste Mathematik. So, jetzt sind wir aber an der Stelle noch nicht fertig. Denn wenn ich das wieder ausmultiplizieren würde, würde sich hier ergeben, 1 halb x. Bis dahin geht es. Wenn ich das mit dem multipliziere, würde sich 1 halb mal 3, machen wir es mal ausführlich, minus 3 mal 1 halb durch 1 halb mal 1 halb etwas anderes ergeben. Das geht so noch nicht. Was muss jetzt passieren, damit das gleiche wie hier wieder dasteht? Das ist jetzt hier noch nicht richtig. Das war ja der Trick mit der Klammerei. Was müssen wir da machen? Schauen wir uns nochmal dieses Ding an. Wenn ich das ausmultipliziere, das hier, Moment. Hier, wenn ich das hier ausmultipliziere, kriege ich mx raus. Wenn ich das mit dem multipliziere, kriege ich ein reines m raus. Logisch? Oder nicht? Also, machen wir das nochmal auf die andere Art. Ich sage, okay, 1 halb wird alles kalt ausgeklammert, mal x, 1 halb mal x, das würde wieder das ergeben. Und was muss ich jetzt machen, wenn ich sage, 1 halb mal tralala muss 3 ergeben? Dann muss ich einfach eine 6 nehmen. Machen wir es so. Vielleicht ist es so leichter. Hier gab es Fragen. Fragen, wie kommen wir jetzt auf diese Olle 6 und geht denn das immer so leicht und so weiter und so fort? Nochmal ganz schnell zum Thema ausklammern. Noch einen kleinen Exkurs. Wenn da steht zum Beispiel 5 plus 10 plus 20 und ich möchte eine 5 aus diesem ganzen Term ausklammern, schreibe ich 5 mal 1, wäre nämlich 5, plus 2 wäre nämlich 10, plus 4 wäre 20. Das ist bis dahin nichts Besonderes, das geht noch leicht. Machen wir das mal anders. Was ist, wenn da steht 5 plus 10 plus 8 und ich möchte trotzdem eine 5 ausklammern? Sag ich, okay, bei den ersten beiden ist es leicht und jetzt sage ich, hm, was muss ich das nehmen, damit dann wieder 8? Och, ich nehme 8 Fünftel und mache die Klammer zu, denn 5 mal 8 Fünftel ist wieder 8. Und schon habe ich, obwohl es eigentlich gar nicht geht, eine 5 ausgeklammert. Und das, praktisch diese Verspätungsrechnung hier, die beruht darauf, aus Ausklammertricks. Wenn ich schon aus der 3 kein echtes halbes ausklammern kann, dann muss ich mal 2 nehmen. Hier gibt es noch eine Frage. Daher kommt das auch, dass ich sage, wenn ich M ausklammere, obwohl hier hinten aus dem M überhaupt kein M auszuklammern ist, dann muss ich diesen Trick anwenden. Und das Schicke ist, ich bin jetzt in der Lage, Verspätungen wirklich so anzugeben. Und das ist der Trick hier. Das ist der ganze mathematische Trick. Machen wir das Ganze nochmal mit folgendem Koordinatensystem. Ich sage ganz einfach, zack und schwupp. Und ich nehme einen an, der ist in 5 Minuten Verspätung losgefahren. Hier ist T in Minuten. Und der ist in 5 Minuten Verspätung losgefahren und fährt relativ schnell. Na gut, da hat er einen ziemlich steil ansteigenden Graphen. Dann muss ich die Funktionsgleichung so setzen, dass ich sage, Ach, jetzt hätte ich bei einer F von geschrieben. Das ist natürlich Quatsch. Hier hatten wir S. Hier ist eine 5. Das ist ein S. So. Dann schreiben wir S von T. Ist gleich. Und jetzt, wenn der Anstieg, lass es 2 sein. 2 mal T. Und jetzt müsste ich eigentlich sagen, die 5 muss ich irgendwie unterbringen. Dann sage ich einfach 2 mal T. Und jetzt minus 5 halbe. Und schon habe ich es. Äh, minus 5, Entschuldigung. Jetzt habe ich Mist gemacht. Ja, ja. Das kommt davon. Minus 5. Mir ist der Y-Achsenabschnitt hier unten im Verborgenen, der ist mir komplett egal, der hier irgendwo entsteht. Da das ja sowieso keine negativen Wege gab. Aber ich schreibe einfach 2 mal, weil es der Anstieg ist. Das geht hier 1 nach rechts, 2 nach oben zum Beispiel. Schreibe das einfach in Klammern und setze die Verspätung dahinter und die Sache ist durch. Noch eine andere Art, das vielleicht nochmal mit der Verspätung zu erklären, damit man sich das mit diesem gedachten Y-Achsenabschnitt, der ja hier gar nicht da ist, vielleicht noch anders merken kann. Machen wir es mal so. Nehmen wir mal an. Bleiben wir wieder bei Radler und Strampler. SR. von T ist zum Beispiel, der schafft in 2 Minuten, ja in 2 Minuten schafft der 1 Kilometer, also 2 Minuten 1 Kilometer. In 2 Minuten. Und das nehmen wir mal T und der fährt jetzt los. Also 1 Kilometer in 2 Minuten wäre der nächste Punkt. Radler fährt so. Jetzt kommt Strampler, der ist aber schneller und jetzt müssen wir die Funktionsgleichungen entwickeln, denn Strampler sagt, ich lasse dir Vorsprung, Radler. also SS von T wäre wie folgt. Der schafft nämlich, lassen wir 1,5 Kilometer in 2 Minuten schaffen. Mal T. Und das müssen wir jetzt umwandeln. Das ist noch nicht richtig. Der fährt nämlich nicht hier los, sondern der fährt später los. Der lässt ihm Vorsprung. Aber machen wir das mal. Von hier ausgehend. Er lässt ihm meinetwegen 3 Minuten Vorsprung. Hier gehen wir los. Jetzt kommt sein Steigerungsdreieck. 2 Minuten weiter und 1,5 Kilometer. Also. Irgendwann wird er den Radler einholen, dessen Graf nebenbei gesagt nicht schön ist. Der wäre viel flacher. So sieht das schon besser aus. Hier irgendwo werden sie sich dann einholen. So. Diese Verspätung, das können wir aber so nicht ausdrücken, weil wir die Verspätung mit einbasteln müssen. Und wie müssen wir das jetzt machen? Indem wir einfach sagen, so kann man es nicht schreiben, das ist der Anstieg, mal T, oh, mal T in Klammern, minus 3 Minuten. Er lässt ihm nämlich 3 Minuten Zeit, dem anderen, dem blauen. Vielleicht ist es so leichter. Man kann es sich also merken, dass die Verspätung, die ja nur die x-Achse betrifft, hier in diesem Fall die t-Achse, dass die unbedingt mit in die Klammer rein muss, denn wenn ich es nicht mache, würden es keine 3 Minuten sein, dann wären es vielleicht 3 Kilometer, nämlich hier unten gestartet. Stimmt aber nicht, sondern ist anders. Und so kann man es sich merken. Alles, was ich in T einsetze, muss ich erst mal sagen, erst mal 3 Minuten warten. Immer mit der Ruhe. Egal, was ich rechne. Wir könnten auch zum Beispiel noch sagen, zum Zeitpunkt 0, wo ist denn der da? Ja, da ist der auch nirgendwo. Da ist der auch 0 Kilometer gefahren. Denn SS von 0 Minuten wäre nichts anderes als 1,5 Kilometer pro 2 Minuten mal und jetzt 0 Minuten minus 3 Minuten. Wo ist er? Das mal 0 und was ergibt sich hier? Wenn ich das ausmultipliziere, 4,5 durch 2, 1,5 durch 2, da lande ich auf nichts Vernünftigen. Ich würde dann irgendwo hier unten bei einem praktisch imaginären Rücksprung, nicht Vorsprung, sondern Rücksprung landen. Aber das bringt mir nichts und deswegen hat es für den keinen Zweck mit 0 Minuten zu rechnen. Zu diesem Zeitpunkt hat der auch noch nichts erreicht. Im Gegenteil, der müsste eigentlich weiter von hinten anfangen. Der müsste sagen, ich lasse dir keinen zeitlichen Vorsprung, sondern ich fahre mal einfach noch viel weiter, viel weiter zurück und fange von hinten an. Aber das ist ja Blödsinn in der Natur, deswegen schreiben wir das so. Das ist der Trick, den wir anwenden müssen, sonst kommen wir mit Funktionen später nicht so gut zurecht. Rechnen wir diesen Umstand mal aus. Was passiert zum Zeitpunkt 0? Eine Ersatzvariante. Strampler könnte sagen, passt mal auf, ich mache das anders. Ich warte nicht, bis ich losfahre, sondern ich zeige dir, dass es auch anders geht. 1,5 Kilometer, multiplizieren wir uns mal aus, den ganzen Mist mal 0, können wir weglassen. Ist dann minus 3 mal das. Also 4,5 Kilometer, die Minuten kürzen sich eh durch 2, sind minus 2,25 Kilometer. Weißt du was, sagt Strampler zu Radler, wir starten beide zum gleichen Zeitpunkt, aber ich fahre minus 2,25 Kilometer nach hinten und komme von hinten angefahren. Und wir starten aber zum gleichen Zeitpunkt. Wollen wir es so machen? Sagt Radler, okay, können wir so auch machen. Aber du kannst auch hier stehen bleiben, da hast du keine Mühe und dann fährst du nach 3 Minuten los. So geht es auch. So, also nochmal zusammengefasst, die Verspätung, die schreibt man einfach dahinter. Ja, so schlimm ist es gar nicht. Und wenn man sich das so merken will oder auf eine andere Art merken will oder streng ausklammern merken will, schiedigol. Weil wir es nicht anders können, wegen der naturellen Gegebenheiten, sagen wir es mal so. Deswegen einfach sich merken, ich sage es jetzt mal ganz frech, eine Verspätung ist Mist. Mist ist negativ, deswegen schreibe ich das als negativen Ausdruck einfach dahinter und klammere den ganzen Mist ein. Er bezieht sich dadurch nur auf die X-Achse. Gut, ich schließe das Video an der Stelle und wir machen dann noch ein paar Übungen im Zweiten.